Opa! Willkommen! Und jetzt bei mir auf roten Teppich! Meine Damen! Und ganz wichtig ist natürlich, dass wir jetzt nicht alle gleich heimgehen können, weil es kommt jetzt ja dann so in, ich schätze mal so acht, neun, zehn Minuten die letzte Finisherin. Und die sollten wir dann richtig feiern. Sehr gut! Wir bleiben sowieso alle da, weil um 14 Uhr ist Start der Iron Kids und davor haben wir die Siegerehrung von den Iron Girls. Genau hier! Super! So, we keep our noise up! Die grinsen alle! Melanie, du bist hervorragend! Und das nächste Team bei mir! Ooi! Yes! Da kommt die Melanie auf roten Teppich! Ein paar Höhenmeter haben wir noch, dann ist es vorbei! Melanie! Ooi! Franziska! Jawoll! Gratulation! Einmal die Hände nach vorne! Ooi! Und da kommt die nächste, ich kann's, die Franziska! Ellen und Manuela kommen jetzt zu dir! Gratulation! Großartig! Geschafft! Ein Iron Team! Ooi! Hey! So, we'll keep the noise up! We'll have the award ceremony right after! At about 12.45! Right here! Da kommt, liebe Lisi! Da kommen ein paar von den Schotten, wenn ich das richtig im Kopf hab! Lee und Niki! Lee und Niki! Das sind die Pirates, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern! Ready! Finish Line! Seid ihr bereit? Hände nach oben! Und nach vorne! Und jetzt feiern wir aus Schottland! Oh! Ladies! Welcome back! This is your Finish Line! Ooi! Ooi! Hey! Good Job! Unter 30 Minuten! Fast! 34, 16! Schnell als ich! 0 für 50 Minuten! Weich! Ibig! 7! 6!